So, ich glaube da kommen wir mit der Quali besser ran. So, ich glaube da kommen wir mit der Quali besser ran. Ja, fliegst du dauernd raus, Jannis? Privial ist dein Atmen, hört man. Okay. Irgendwie. So? Besser? Jetzt im Moment schon, ja. Okay, dann habe ich es zu dicht abgeladen. Ja, wahrscheinlich. Janis, wie teuer ist das Spiel? Was kostet es momentan? Ich glaube 50 Euro. 50 Euro sowas rum, ja. Ich hatte es schon in der Beta gekauft und da war es teurer. Ja. Genau, ganz wichtig, keine monatlichen Gebühren. Und, ja, wie man sich so umschaut, das ist einfach Augen 6. So, am besten mache ich das außerhalb der Stationsreichweite. Ja, ich suche schon mal eine schöne Station, wo ich dann hinkommen kann. Ja, schnell. Das gibt es derzeit noch online zu kaufen, das stimmt ja. So, ich bin jetzt 10 Kilometer vor der Station. Gut. Ich mache auch mal Licht an. Ich bin 30 Lichtsekunden vor Sardivandock. So, also ich sage mal vom Schlitz aus geradeaus 10 Kilometer in den Raum. 12 sind es jetzt mittlerweile. Der sollte man hinbekommen. Jo. Ich habe auch Licht angemacht. Das auch ich, das auch ich finde. Sehr gut. Dein Vertrauen ehrt mich. Was nicht unberechtigt ist, jetzt wäre fast schon wieder vorbeigerauscht. Solange es nicht reinrauscht. Wer ballert denn da schon wieder an der Station? Die ballert ja nur um, he? Ja, ja. Die NPCs verfangen sich da immer beim Reinfliegen. Also es ist jetzt glaube ich der fünfte oder sechste Platzer, den ich hier beobachte. Hammer. Da geht es ja ab, he. Vor allem du sitzt hier, denkst nichts Böses, aber immer so rums. Wahnsinn. Da geht es ja ab. Na gut, dann land nochmal. Wachsmann umkreist mich hier entlang. Wachsmann umkreist mich hier entlang. Schon mal warm manövrieren. Ja. Die Sidewinder ist echt gewöhnungsbedürftig, ne? Ja, geht eigentlich. Entschuldigung. Ich werde mal nachher rausholen. Ich werde mal gucken. Ich glaube hier nebenan ist ein Anarchiesystem. Wer möchte, dann können wir mal so mit Zeitwinder Kämpfe machen. Klingt lustig. Dann können wir mal ein bisschen wild rumballern. Ich bin die letzten Wochen jetzt eigentlich mit einer ASP rumgeflogen und da ist die Sidewinder doch schon wieder etwas flixer unterwegs. Das glaube ich, ja. Ich bin noch nie mit einer Sidewinder geflogen, wa? Noch nie. Nicht mal am Anfang? Nee. Nee, wir haben... Ich habe ja als Peter Becker gleich die Igel gehabt. Zum Anfang. Ja, du bist aber mit der Sidewinder zur Igel geflogen. Ähm. Oh Gott. Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin am überlegen. Wolle gerade sagen. Das habe ich nämlich auch gemacht. Das musste ich auch machen. Nee. Nee, 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 nee. Ich habe die auf derselben Station gehabt. Ich bin in, ähm... Ich bin nicht in ihrer Warte gestartet. Ich bin gestartet... Es war... Relativ zum Anfang. In so'n... Ja, da hieß... Da war alles Japanisch. Da habe ich... Fast drei Wochen lang nicht einen Spieler gesehen. In der Gegenwart gestartet. Da bin ich dann auch irgendwann gleich mit der Haula weggesprungen. Fast 150 Lichtjahre. Nach LFT dann. Damals. Nee, nee. Das war alles auf einer Station. Habe ich nichts gekauft gehabt? 22. November oder 21. November? So, meine Lieben. Ich komme raus. Wir warten auf dich. Kannst ja schon mal schauen, wen wir als erstes geben sollen. Hallo, Schillhaus. Na, als erstes bekommt Wexmann. Der wartet hier schon. Ja, gerne, Janis. Der wartet hier schon. Der wartet hier schon. Bei mir hier hinten. Ich mache Ausmaßlicht an. So, noch sehe ich dich nicht. Falls nicht. Nee, ich komme jetzt dann erst raus. Ah, ok. Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich im Stream nämlich noch stehen, aber das hat ja nichts zu sagen. Naja, gut. Im Stream. Ich habe definitiv nichts zu sagen. Das stimmt. Hey. Was sieht der Lenker aus? Das war geradeaus. Ungefähr zehn. Hast du gesagt. Ja. Das fliegt immer geradeaus. So, wir beglicken den ersten. Ja, wen sammeln wir nehmen? Erstes. Wie bitte? Railstander. Wer hat sich denn angestellt als erstes? Für wen schmeiße ich denn als erstes raus jetzt? Für Wexmann. Verwachsene. Was kriegt der denn von mir? 29, kriegst du 30 Tonnen. Genau. Zack. Musst du halt dreimal fliegen, ne? Weil in die Sidewinder geht ja nicht so viel rein. Oh, da sehe ich dich schon. Oh, da sehe ich dich schon. Ja, ich habe dich auch schon drin. Geil ein Sound hat das Ding ja. Schon was, gell? Ja. 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 Das wegs mal. Ja, ich denke mal immer so in 5er Tonnen, ne? Rausschmeißen. Dann hat er genug Zeit zum einsammeln. Okay. Ja, das klingt gut. Okay. Okay. Ah, jetzt haben sie sich beruhigt, ja. Ja, hat sich gerückt. Das ist schon cool. Na ja, die Tonnen, wenn man die rauswirft, die brauchen ja eine Weile bis sie im Raum stehen bleiben. Wie ein Rüscherverkehr. Wie ein Profi. So muss es sein, Angeber mag niemand. Ich habe mich nie geholfen in so Ostern hier, wenn jemand was einsammelt. So witzig aus. Ja. Man, jetzt stößt ich auf die Sonne, jetzt werde ich rausgezogen, ey, die wollen einfach nicht zu euch kommen. Haben wir alle bezahlt, die Jungs. So, die ersten fünf hat da. Sieht gut aus. Ja. Die ersten sechs sogar. Wieso, habe ich sechs rausgeschmissen? Zumindest habe ich sechs Tonnen geladen. Ja. Okay. Okay. So, gut. Hättest du nichts gesagt? Dann bringen sie mal in Sicherheit und dann geht es weiter. Ich bin eine ehrliche Haut, das geht nicht. Na ja, auf die eine Tonne mehr oder weniger kommt da nicht an, gell. Also, bring's weg. Dann kriegst du den nächsten Fug, glaub ich viel. Prachtraum hast du ihn. Ne, zehn gehen wohl rein. Ich hab zehn, aber ich bring's sonst erstmal weg. Ist auch okay. Ja, ja. Bring ich erstmal weg. Ich denke mal einer hat einen drin. Ja. Oder das ist ein Bug. Das ist sich dann irgendwie vervielfacht. Ne, also ich hab definitiv der 5 raus. Ja, ich hab auch noch. 2012 Laderaum und 207 hab ich noch drin. Hast wahrscheinlich einen drin gehabt. Ja, du hast wahrscheinlich einen drin gehabt. Ne, ne, war leer. Ich bin komplett hier gestartet. Deswegen war null. Na dann freu dich, dann ist es ein Bug. Okay. Weil ich hab nämlich hier draußen auch bis fünf gezählt. Interessant, ja. Komm, schauen wir mal, ob sich der wiederholen lässt. Ja. Mal gucken, ob ich nur fünf verkaufen kann. Das wär ja auch noch denkbar. Ja. Aber der T7 sieht schon klar aus, finde ich. Schöner Backstein. Ja, aber so fliegt er sich halt auch, gell. Ich hab den immer verwechselt. Zum Anfang tatsächlich mit dem Dropship. Wegen den Flügeln da ran. Da musste ich immer zweimal hinkommen. Also so, abgesehen von der Form, so abweichend ist das ja auch nicht, gell. Pass auf. Sieht aus wie alles. Grüßen. Nett. Ich bin nicht voll kühl. So, ich guck mal nach, ob wir schon neue Anfragen würden. Genau. Ist weg, wenn man wieder da ist. Ne, noch keine neuen Anfragen. Ich bin noch nie geflogen. Aber ich find... Oh, bleib mal bitte ganz kurz stehen. Tilly. Ich möchte mir das Ding mal von unten angucken. Ach, du sitzt ja unten in der Kanzel, wa? Ich sitz unten. Jetzt kann dich aber gleich auf den Kopf scheißen. Ich glaub ich berühr dich auch gerade ein bisschen. Jetzt halt gerade. Aber ich schau dir ins Cockpit. Cool. Aber Cockpit ist leer. Ich seh dich nicht. Ja, bei mir auch. Ich bin nur ein roter Stuhl. Tilly, zeig dich. Verdammt. Feigli. Tobi. Aber du hast aber schon ein paar Schramm dran, ne? So richtig sauber geflogen bist du nicht. So ein paar Lackabplatzer. Wird überbewertet. Ordentlicher Händler, muss ein bisschen abkranzt sein. Darf sich für nichts verschadet sein. Ah, guck mal da unten ist die Lade. Wunder dich mal mit der nicht. Ich möchte mal gucken, wo bei dem das Kraftwerk ist. Na ja. Das ist ja von Kämpfen immer noch ganz interessant zu wissen. Also er zeigt mir an. Da ist er das so. Ja, da kommt er los. Genau. Das sieht aus wie er sich hinter dem Sitz versteckt. So. Na dann, da sitzt es. So. Hallo alter Hesse. Schau mal auf, da kommen wieder Leute. Jawoll, ich zieh mich zurück. Moment. Das kenn du sie erstmal und schau mal wer wer ist. Ja. Dann haben wir hier den vor uns. Der Chiller ist vor mir. Und dann haben wir noch den Waxman. Waren übrigens sechs Stück, die er verkauft hat. Cool. Warum nicht? Ja, Chiller, hallo. Okay, Waxman. Dann geben wir dir mal die nächsten. Hm. Also zehn hast du Platz, oder? Genau, zehn Stück. Dann. Soll ich zehn rauslassen? Kriegst du das hin? Schnell genug? Ich denke schon. Ich denke schon. Wenn man da durch ist. Und während Waxman wegbringt, du dran. Genau. Damit es hier keine Komplikationen oder dazwischen. Rämpler gibt's. Rämpler gibt's. Wem was gehört hier. Oh, da kommen wir schon die nächsten. Ich will nur mal drauf achten, ob die Station reagiert, aber reagiert sie nicht. Was? Passt alle Uhr. Und alle Zeit. Also kommt noch nicht mehr System. Und die Zeit. Piccolino, willkommen. So, Chiller. Ja, ähm. Piccolino. Chiller, sag mal an, wie viel Laderaum hast du denn Platz überhaupt? Hast du Erfahrung in dem Entwammeln? Wie viel soll man dir auf einmal rauswerfen, dass du es hinbekommst, ohne dass was kaputt geht? User joined your channel. Na, Abend. Na, Abend. Na, Abend. Na, Abend. Na, Abend. Wie viel Laderaum hast du denn, Chiller? Wie viel kann ich das rauslassen? Ich hab Schilde rausgebaut, 10 hab ich. Okay. Im Hintergrund hast du was laufen, das ist ein bisschen störend. Hm, jetzt besser. Nö. Dank dem Dunkel ist das hier draußen. Das ist richtig dunkel. Chiller, 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 Chiller. Der Chill-Haus ist jetzt hier. Oh, Wachsmann, wie weit nifften? Ja, Wachsmann ist schon gut voran. Vier oder fünf Stücken. Da kommt der Psychofisch. Die Ecke. Wenn die alle versammelt haben, eröffnet Erdefeuer. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab noch drei Stück übrig, aber mein Laderaum ist voll. Ich bring jetzt Müll weg. Dann sammeln. Hier dann, ähm, kann, ähm, Chiller einsammeln. Die Team anlegen. Hier werden fünf Stunden noch angezeigt. Das ist bestimmt so'n Doppler-Bug oder so. Und zwar nicht triviales. Wie bitte? Und zwar nicht triviales. Und zwar nicht englisch. Ich versteh' dich nicht. Fünf sind noch draußen. Im Raum. Fünf Palladium. Dann hat er nur fünf bekommen. Dann hat er nur fünf bekommen. Gehen. Ne, ne. Ich hab zehn Stück. Im Laderaum. Ja, aber das ist ein Verdoppler-Bug scheinbar. Ja. Das sieht so aus, ja. Na dann. Dann Chiller. Dann Chiller, pack das bitte ein. Bin dabei. Vielleicht hast du auch Glück, dass sich das verdoppelt. Ja, also ich seh nämlich Tilli hier. Ich seh den Chiller hier. Ich seh den Bugsman hier, aber dich seh ich nicht. Ich bin ungefähr dreieinhalb Meter vom Chiller entfernt. Und ich steh direkt vorm Trivialis. Ich seh dich, ich bin nicht gleich bei dir. Ja, ich seh dich auch nicht. Ach so, weißt du warum du mich nicht siehst, Baby? Richtig in die Gruppe mit aufgenommen? Ich bin in der Gruppe drin, sonst wär ich gar nicht hier. Okay. Sonst könnt ihr mich allerdings auch nicht sehen, ja. Ja. Ich hab dich drin, ja. Sonst könnte ich ja gar nicht in der Gruppe drin sein. Hätte ja... Hätte ja sein können, Entschuldigung. Boah. Alter. Okay. Ne, lock nochmal ein und aus. Oder einmal an... Oder einmal andocken und einmal abdocken. So was in der Ort. Hallo Fraggle. So... Fisch und Trivialis hab ich... Hab ich... Chiller sammelt gerade ein. Genau. Ich müsste weg sein. Ich bin jetzt gerade an dir vorbeigeboostet. Ich hab dich... Ich hab dich nicht gesehen. Schhhh. Hast du mich blockiert oder so? Nö. Ja, sieht jetzt geil aus. Mit einer Landeklappe unten vom Chiller. Jaja. Und zu geht sie. Nice. Diese Frachtluke, ne? Ja. Hübsch, hübsch, hübsch. Und Chiller, wie viel hast du drinne? Ich hab jetzt 7 drinne. Bring die mal weg. Bring die mal weg. Bring die mal weg. Also es geht jetzt nur im 5er-Schnitt. Man weiß nie, was man wirklich hat hinterher. Ja. Aber ist doch cool. Ja, puh. Da hat jeder was davon. Was soll ich jetzt sagen, ne? Ja. Jetzt weiß ich auch, wie die alle so schnell Geld gemacht haben. Das hab ich jetzt noch nicht so gedacht, ja. Nett. So, was haben wir denn hier? Waxen und Anfischen. Seen bekommen. Genau. Genau, und Chiller hat 5. Genau. Ja. Dann, mal schauen wir mal. Warte hier. Salimen, Salimen, Viales. Salimen, Viales. Ja, ich sehe hier keinen weiter. Nö. Im Moment noch nicht. Aber ich sehe 2 wieder, die auf uns zukommen jetzt. Wieder da. BB. Okay. So, Waxen. Dann ist hier wieder die Side-Render von Kaxman und ich sehe den Zilli. Ja, sind wir vielleicht beide nicht befreundet? Doch. Eigentlich schon. Ich sehe dich doch immer ein... Nö, das freut mich ja nix zurück. Ich habe ja gesehen den Lost. Also ich hab dich nicht geblockt. Nö, ich dich auch nicht. Ich sehe dich hier auch als Freunde. In einer Freundesliste als online. Aber eben nicht als normal verfügbar. Ich bin komplett unterm Tilli jetzt gerade. 100 Metern da noch weg. Oh, ich sehe gerade wie die Ladelucke aufgeht. Geil. Genau. Ah, und da ist was rausgeflogen. Da brauchen wir was rausgeschmissen, ja. Hey. Fünf Palladium. Was war das? Was? Weiß ich nicht. Ich wurde mal klang gehört. Irgendwas hat mich gehamt. Es sah so aus als... Es sah so aus als wären es die Container gewesen. Äh, es sind aber jetzt... Es sind aber sechs Container draußen. Ich hab nur fünf rausgeschmissen. Na dann einsammeln. Da hat sich einer durch... Da hat sich einer durch... Da hat sich einer durch die Explosion verdoppelt. Genau, den hab ich geteilt. In der Mitte durchkauen. In der Mitte durchgelegt. Oh, Waxman. Stand 15 von 30. Ja, Frachtreifen ist ja riesig. Das Ding ist ja alles und irgendwie ist Sideline da. Axe, du siehst nicht aber, ne? Ich seh dich. Ja, ich seh dich da auch nicht. Ja, ich seh dich da auch nicht. Ja, Waxman. Ich seh da ne Viper bist. Hast du das? Ja, ja, das war's. Die Viper ist der Psycho, ja. Ja, komm mal an, da. Ja, seh ich nicht. Psycho, du bist für mich unsichtbar. Also ich seh ne Viper, aber kein Namen dahinter. Ist das ein Triviales auch? Ja. Ja, du musstest ihn dann halt mit der Viper nur mal kurz einmal ins Visier nehmen und scannen sozusagen. Dann wird er dir auch angezeigt dann mit dem Arm. Das sollte eigentlich nicht sein, aber eigentlich ein Profi macht der Mann das hier. Doch, doch. Da würde ich mich befreundet sein, wir müssen erst gehen. Ja, aber wenn man dann befreundet ist, dann müsste es eigentlich klappen. Dann müsste es sofort angezeigt sein. Da möchte ich mich richtig erinnern. Dann wird der Name angezeigt, ja. Ich finde, guck ich, dass ich dich sehe. Also, dass wir uns als Einzige nicht sehen. Alle anderen sehen. Ich sehe gerade draußen immer noch 5, eh 6 Tonnen Palladium liegen. Ja, Waxman schuftet gerade ein bisschen. Da braucht ein paar Anläufe. Rammt jetzt erstmal alles, was hier rumliegt. Oh, ich weiß nicht. Okay, wir sind da hinten. Das ist ja ungefähr so. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Ah ja! Endlich! Chiller, Wachsmann, Teddy Drei haben wir noch? Ja Die vier Kamister auf Radium noch draußen Ja Noch müssen zwei Tonnen draußen sein, ne? Ja Vier Vier sinds jetzt bei mir noch angezeigt Na dann haben wir Latenzunterschiede hier Ne, ne ich hab ja nicht auf der Kontaktliste geschaut Achso Hab nur auf meinen kleinen Ja da in der Mitte geschaut Den letzten Container krieg ich nicht eingesammelt Der flieg ich durch Ja dann ist das bestimmt einer von denen Die so gedoppelt wurde Aber wie gesagt, mir werden noch vier angezeigt Ja Ich seh hier vor mir jetzt nur noch den einen Zeig mal, sonst versuch ich den einzusammeln wieder auszupassen Zyko, wo bist du mal? Ja, Zyko mach mal bitte Ja Max Fächer Ähm Ja mach halt hin Da wo ich quasi vorstehe Falls das hilft Sammeln ihn mal ein, Zyko Ich steh quasi 100 Meter davon entfernt von dem letzten Meinen letzten Ja ja Dann sammel ein Ich kann nicht, ich flieg durch Also wenn dann jemand anders mal probieren Okay, dann Zyko Alles was da liegt, sammel ein Bei mir werden noch vier angezeigt Bei mir werden noch vier angezeigt Also flieg gerade weg Ich flieg erst mal zur Station Okay Dann Chilla Anbeten Zwei Stück hier draußen Ich flieg die mal an gegen die Wir haben ein bisschen zu eins an Nimm lieber mal mit Genau Ich bin da Ich schnapp dir den mal hier Wo ich davor stehe Oh, wie weit musst denn du wegfliegen, Zyko? Boah Der hinten hab ich grad Mach da, Zyko ist das Viel zu weit weg, Zyko Ne Ich war genau drauf Ganz komische Sprünge hier auch bei mir Was ist später? Ich flieg nochmal durch Ja Ja, vielleicht sind ja auch die Container buggy Ich flieg die Container weg von mir Ne, du fliegst rückwärts Ah ja, stimmt, ja 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 Ja, ja, das ist ja falsch Wenn ich Passt, kombinationiert Falsch, aber passiert das mal Oh Bei mir gehen auch die Prozentzahlen ganz langsam los runter Von der Container Ja, genau Ich hab den Futter eingesammelt Und äh, passiert gar nichts Also, ich kann's nicht einsammeln Das Ding hier Dann sind die Dinger buggy Okay, Waxman, wie viel hast du jetzt eingesammelt? Neun Stück Okay, dann wäre ich jetzt rein theoretisch bei 24 bei dir Kann das sein? Triviales? Ne, bei Waxman, der hatte 10 vorher Ja Und dann hast du irgendwie noch Ach, die 5, die ich jetzt gerade rausgeschmissen hab Ach, die stand drin Genau Ja, dann hab ich da einmal zu viel gerechnet, ja 15 hat er Genau Dann kommt jetzt der Waxman Äh, nicht der Waxman, der Chiller Mit nochmal 5 wird ruf Und hat bei mir 5 im Moment Korrekt Ich versuche den einzubacken hier mal aus dem Bekan zu pusten Ich gucke, was dann passiert Hier liegen noch 4 rum sozusagen Was ist mit denen? Chiller, kannst du die einrabbeln? Ich denke mal, ich versuch'n Ich seh' nur den einen verpackten, aber ich probier's mal Ah, okay, Moment Dann sammel ich schnell die 4 hier ein Ja Ja, versuch'n mal, ich würd' sonst mal einen hier versuchen, wegzuballern Dass sie aus dem Weg sind Willtest du mal so einen Abend? Nabe Einen wunderschönen guten Abend Willkommen in unserem Zuschauer-Events Willkommen in unserem Zuschauer-Events Blieben Ja, okay, also Okay Dann los, der Nächste Wartet ganz kurz Dann haben wir beim Waffen wieder verschwinden Ah, das sind so... Ich seh' noch 2 rumfliegen Ja, ich seh' nur noch einen Hinter mir Ich seh' keinen Ich probier mal meinen Mannen Der liegt nämlich direkt vor Züllis Schnauze, oder? Ich seh' nix Oh, meine Schnauze Von meiner Schnauze, jetzt den Chiller So Schönen guten Abend zusammen Einen wunderschönen guten Abend alleine So, ich hab' jetzt 3 eingesammelt Okay Und hab' im Frachtraum 3 Palladium Gut Gut Hab' ich gesichert Gut, hab' ich gesichert Geht doch mal zum Chiller und leg' ihm einfach mal vor die Nase, ob er die einsammeln kann Respektive zu mir, wo der Chiller ist Chiller? Ja, ich seh' Ja Ich... Hier, schau' mal, ich bin jetzt Links neben dir sozusagen Links über dir Ja So, ich schmeiß' die mal raus So Da kommen auch schon 3 Stück, gell? Probier' mal Ach ja Einen konnte ich gerade einsammeln Land in Gamer Ach 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 Und, kannst du sie einsammeln? Ja Ja, genau Ja, genau Ja, da sind wir jetzt den ersten Haller drin Gut, Chiller, dann schreib' ich bei dir dann nochmal 3 dazu, dann haben wir insgesamt 8 Chiller Wenn er die eingesammelt hat Na? Ja Das ist auch ein Phantom-Digern konnte ich gerade entfernen, die haben mich jetzt im Lade rum Gut, die probier' mal nachher nochmal jemanden und das zu jubeln Wenn wir wieder frisch kommen Genau Da ist der Palladium aus dem Nichts erschienen Also Chiller bekommt noch 5 Stück Ja stimmt, Palladium ist hier mit aufgetaucht Das ist der eine, den ich vor nicht eingesammelt habe Oder der mir auf App war Der hat nämlich nur noch 49% Watt Chiller hat sie hier Dann nehme ich den noch 2 Also ich habe jetzt 5 im Laderaum Warum auch immer Ja, ist wunderbar Nimm's dir auf Verkauf Freu' dich Für euch jetzt sagen, gell? Mach das Mach ich Seid ihr gegönnt Irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen grad mit dem Warnraubtasch Ja Wer ist da jetzt vor mir? Chiller, ich bin Ah Ah ok Nimm ich die eine Tonne Ich bin direkt über dir Dann kommt der Wachsmann grad wieder Nicht wundern Ich flieg jetzt mal über dich drüber Die eine gespawnte Zack Die habe ich jetzt drinnen Die schmeiß ich jetzt vor dir wieder raus Ok Das war etwas Unverständlich Ich habe grad ein Stück raus geschmissen Ich hab grad ein Stück raus geschmissen Die Person Müsst ihr nicht sehen Noch sehe ich nichts Doch jetzt Jetzt, genau So Und dann kann Chiller die 3 Dinger nämlich einsammeln Die eine von mir Und die zwei von Die Die Psycho raus geschmissen hat Aber Chiller bringt doch gerade zurück oder? Nein Chiller stand hier vorne Ah ok Also ich habe jetzt bei ihm 8 Auf der Liste Genau Jetzt kommen noch 3 dazu Das wären dann 11 Und 13 bekommt er So Und wo sind die zwei anderen? Die müssten Da stehe ich gerade davor Da stehe ich gerade davor Die müssen uns nur 3 Meter von mir weg sein Ah ok Moment Der eine hat sich gerade verdoppelt Den sammle ich nochmal ein Wunderbar Ja Ey ist das hier alles Buggy, oder? Ich habe jetzt den ganzen Haaren in der Kamera Das war alle reich Vor allem wir werden hier mit einsammeln nicht fertig Wenn die sich immer weiter verdoppeln Was für Luxusprobleme, oder? Dupen im Livestream? Was? Mhm Ja, wir wollten eigentlich nur die Giffelwell Party machen Aber Nur auswerfen Und Verschenken Wenn die sich verdoppeln Dafür kann ja kein Arbeit Aber den Fehler habt ihr doch dann quasi erkannt Ja jetzt gerade schon, ja? Ja, jetzt gerade schon, ja Das sieht zumindest aus Wir wissen aber auch nicht genau wann und wie Aber es soll auch egal sein Wie gesagt, wir haben es versprochen Alles was machen Was wir die rausschmeißen Und dann ist gut Eben Ich schmeiß meine Ladung raus Was daraus wird Mir wurscht, ich habe davon nichts Ja, für mich ist es ja Aber letztendlich weißt du, dass es quasi loopen ist gerade Ja, dann ist es Ja, es loopt ja auch nichts Manchmal ist plötzlich eins mehr Plötzlich sind es Zwei mehr Also wir Also wir kennen keinen Hintergrund Warum auch immer Ja Irgendwie gab es das mal mit den Rears meine ich Da haben sich doch viele diese Rears so verdoppelt Aber das wurde eigentlich vor zwei Patchen gelöst Eigentlich Ja, eigentlich Ja, sie haben geschrieben, dass dieses Doppeln erledigt ist Dachte ich auch So, Laderaum voll Ich blieb zurück Ich blieb zurück Ja, einmal ein paar Lade und blieb bei mir hier noch Ich blieb zurück 27% Ich blieb mal schnell rein Ja So, wer ist der Nächste? Wo sind wir denn? Warum kommt da eine Orca? So Ja So Wer ist der Nächste? Chiller, oder? Chiller, oder? Haha, ist ja auch witzig Die Tonne habe ich weggedrückt Die Orca hat alle in Frameschiff gestartet Ja und ab Jetzt hätte ich die aus der Luft gelassen Ja, die habe ich eingesammelt Und jetzt sieht hier schon wieder einer Die trudeln müssen, guck dir die mal an Ja, aber die habe ich Die trudeln total Jetzt habe ich die schon wieder eingesammelt Achso, ne, ich mag die Orca Die trudeln Achso So, ähm Chiller Achso Achso Chiller Dann gehe ich mal von uns wunderbar Ja Gut Okay Wenn du dann rauskommst, kommst du zu mir Ich fliege ein ganz kleines Stückchen weiter Ich habe nämlich noch zwei an Bord Okay Dann müsstest du durch sein, ne? Ja, ich habe nicht mitgezählt, aber es passt schon Ja, 13 Stück sind es Ja, ja Das stimmt schon Dann habe ich sozusagen deine letzten beiden Was habe ich denn hier Dann macht dir mal keine Gedanken Wenn wir alle durchgezählt haben Und es kommt keiner mehr Den Rest den schmeiße ich am Anfang aus Dann können wir die Werte aufteilen Ja Oder Sparen auch noch Geld Das haben wir jetzt erst mal einen, genau Ja, wer kommt, der kommt Wer nicht kommt, der hat leider Pech gehabt Mach mal ja wieder Mach mal ja wieder So, aber sieht doch ganz gut aus Ja, wie soll das ich dem zeige und ich sehe, dass du gar nicht Der steht direkt vor mir Ja, aber das muss ja einer von euch beiden mal ausglocken Aber fliegt auf mich Das sind alle anderen Das ist schon komisch Ich bin auch schon mal nach Hause und da rein geflogen Keine Ahnung Ich bin auch schon mal nach Hause und da rein geflogen Ich bin auch das lustige Spiegelspiegel Das gleiche war ich Ja, aber wo? Was hast du? Mit wer hast du das? Mit Afterglow habe ich genau das gleiche Problem Wir sehen die anderen aus der Gruppe in Space Aber uns selber sehen wir nicht, ob wir gegenüberstehen würden eigentlich Es hilft dann halt nur mit ausmachen, Launcher, Neustarten tatsächlich auch Und dann wieder einloggen und dann klappt es dann irgendwann, ja Dass man zusammen instanziert wird Okay Okay Das ist jetzt das erste Mal, also wir haben uns ja schon öfter rum getroffen Ja 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 Direkt vor der Station auch wieder Aber nicht in Gruppe Also wir haben nur in Gruppe Im Open Jetzt ist wieder ein Container getroffen Ja gut, das kann ja alles eingesammelt werden Ja Ja So, ich habe auch noch zwei am Boden, Schiller Ich schmeiß mal nur noch meine zwei, wo es mich direkt insammelt habe Der Wachsman ist noch noch gar nicht fertig Doch doch, denn ja Ja Von mir soll es weg Aber ich habe zwar zwei eingesammelt, aber ich konnte nur einen rausschmeißen Also, da ist kein Plus entstanden, das ist irgendwie, er hat es erkannt, dass es nur einer war So, bei Wachsman sind wir dann auf 20, oder? Ja Ja Und bei Chiller sind wir jetzt erstmal auf 12, Chiller würde dann noch einen bekommen Müsste es dann für Chiller wieder noch einen rausschmeißen Machen wir da einen, genau Eins, zwei Jetzt warte ich erst mal, bis hier alles eingesammelt ist, bevor es wieder regnet kommt, wer was einsammelt Doch, Chiller hat eingesammelt, der ist weg, aber der erscheint schon wieder Stopp Nee, ich habe nicht mehr so Ach, du hast ihn nicht getroffen, hast du Weil er war einmal vom Radar verschwunden Jetzt habe ich Okay, wird mir noch angezeigt Dann bin ich hier auch noch vor mir Die Karte ist direkt auf 2 Also genau vor mir ist auch noch ein Da sind sogar 2 3 sind hier noch Dann sammle den mit ein Ich kann den aber gar nicht auswählen Den Container Jetzt kann ich den auswählen Über die Außenansicht Außenansicht? Naja, hier über die Außerhalb der Konsolenansicht Da konnte ich ihn auswählen Jetzt im HUD Aber in der Konsole konnte ich ihn nicht auswählen Bekomme ich keine Informationen Der wird nicht einsammelbar sein, der hat doch bloß noch 1% Ja, dann bringt doch mal weg Ja, dann bringt doch mal weg Dann Schieß den weg Ich habe hier immer noch 2 vor mir Ja, dann bekommt Schiller Ich sehe keinen Schiller bekommt glaube ich noch einen Ich schieß den mal weg hier Geht nicht kaputt Hat noch 1% Hülle Der liegt halt da Der hat einen 40er Ping Alter Hört ihr mich noch? Ja Ja Okay Ja, laut um drauf Oh, jetzt hat meine hier schon wieder Düppel geschmissen Meine Eva Ja, das gibt's noch gar nicht Ich höre immer nur bestätige und dann schmeißt die Düppel Äh Auch witzig Na gut Ja, also wie gesagt, Schiller bekommt noch einen Dann ist Schiller fertig Frank- Turnit Frasches Cobb Er wird nicht Ihr Kreditsiner Ist nicht Ihr Kreditsiner User Disconnected von eurem Kanal Ah, das war bestimmt Tilli Oder? Zeig los raus Ja Denn ich höre Tilli nicht mehr Okay, vielleicht. Vielleicht hat er Telefon, mal so. Also, jetzt sehe ich Psycho Fish, jetzt ist er bei mir aufgetaucht. Hm, Symmetrie loggen, das sieht man ganz gut. René, hast du dein Mikrofon ein bisschen näher an der Nase jetzt dran? Was hast du? So, was ist jetzt? Also, die kriegt jetzt keiner hier rein, die Container vor mir, oder? Ne, den krieg ich auch nicht kaputt geschossen. Mensch. Na gut, am nächsten Mal wieder einen, oder? Da krieg ich's hin. Ja, Psycho. Hallo? Psycho? Psycho höre ich nicht mehr. Hör ich auch nicht, er hat bei mir jetzt... Vielleicht startet er neu. Ne, er hat ja gerade bei mir ingame angerufen. Achso. Und Sprach, und Sprachstatt ist aktiv. Und ich sehe ihn jetzt übrigens auch auf dem Radar. Hm. Aber ich nehme mal an, sein Mikrofon ist wieder abgestürzt, so wie gestern. Ne, ich krieg's auch nicht rein. Ich kann's nicht aufladen. Ja. Ja, lass liegen. Ähm, äh, Chiller. Ja, Chiller bekommt noch einen. Und dann ist Chiller fertig. Dann haben wir halt einen Container verloren. Auch okay. Ja, das ist nicht das Problem. Wir haben ja genug gewonnen dazwischen. Ja. Okay, dann haben wir noch einen Wachsmann. Öppf, wir haben später weggeflogen, weiß wahrscheinlich nicht. Ist das da, ähm, Psycho? Ähm, Chiller? Hörst du mich? Ja. Ähm, komm mal bitte zu mir. Ich hab noch ein Palladium an Bord. Probiert's mal, ja. So, unterwegs. Dann kriegt nochmal 5. Einen hab ich rausgeschmissen und wenn du den eingesammelt bekommst, dann sind wir durch. Yo, ich seh. Oh, der ist geplatzt. Da bist du durchgeflogen, wa? Oh, ja. Zu spät gebremst. Aber, der ist wieder aufgetaucht. Aber, der ist wieder aufgetaucht. Du hast ihn nur gerammt. Jetzt ist wieder einer geplatzt. Aber er schwimmt noch vor mir her mit 1%. Kannst du einsammeln. So, ich hab mal einen. Okay, dann guck ich mal. Was mit dem hier ist. Den haben wir noch 1%. Hier liegen ja sogar 2. Versteh ich jetzt alles nicht. Was ist denn eingesammelt? Bei mir wurde er als zerstört angezeigt gerade. Ja, ich guck mal. Das ist ja ein Ding, ey. Ja, ich hab 3x Palladium an Bord. Das gibt's doch gar nicht. Komm her, ich schmeiß ihn wieder raus. Ja, wer wer ist dran? Haha, so viel Fracht hast du in der ganzen Karriere noch nicht auf Bord gehabt. Ja, es sind ja nur 3 Trott. Wer ist jetzt vor mir? Ja, eben. Chiller. Hier, pass auf Chiller. Ich schmeiß ihn raus. Okay, danke. Aber, ja. Zack. Alle 3 draußen. Ja, es lebt wieder. Ja, von jetzt auf gleich hat dir Teamsplik den Button nicht mehr akzeptiert wieder. Ja, so wie gestern, ne? Dachte ich mir schon fast. Ja, ja. Aber komischerweise, ich hab dich dann versucht, dir am Spiel anzurufen. Da hast du mich aber auch nicht gehört. Ich konnte dich aber hören. Ich weiß nicht, muss ich da draufdrücken oder so? Nee, eigentlich nicht. Da musst du mal schauen in die Einstellungen, da gibt's eine Einstellung. Ja, muss ich mal gucken, vielleicht war doch alles noch falsch eingestellt. Ähm. Bist du da schon wieder... Kleinen Moment noch kurz, bist du da schon wieder gegen geflogen? Ja, ich hab's nicht so mit Containern einsammeln. Achso, okay. Weil hier hinten fliegt nämlich wieder einer rum mit 1% Hülle nur noch. Ah, schön, Piano. Okay, Waxman hat's geschafft. Gerne. Und noch einmal? 25 hat der Waxman jetzt? Eigentlich müsste ich jetzt durch sollen. Nee, du hast 25 bei mir jetzt. Ich will jetzt ihn einsammeln. Ah, Schiller, gut. Hast du getroffen, das Ding. Der müsste drüber sein. Gut. Ja, also Schiller können wir sozusagen... Abschreiben. Ja, also nicht Schiller abschreiben, sondern... Die Zahlen haben aber erledigt. Geklärt. Genau. Und Waxman müsste eigentlich noch... Okay, bei Waxman bin ich bei... ...25. Genau. Soweit. Ähm, wenn sich bei dir beim Einsammeln was verdoppelt hat, dann ist das halt so. Das können wir nicht ändern. Ja, aber das ist ja dein Glück. Aber... Das ist dann dein Glück. Wir geben raus, was wir gesagt haben. Genau. So, ich gucke überhaupt noch jemand. Schau noch mal nach, ob Warnfragen schon da sind. Ja, ich gucke gerade. Oder noch? Ja, haben wir noch. Plus Cypher? Na ja, natürlich. Ja, her mit ihm. Ja, Plus Cypher. Na, vorbiebisch jetzt will ich freuen. Also wenn jemand hier im Chat ist, der noch nicht reinkommt in die Gruppe, bitte meldet euch. Ja. So, ich gucke überhaupt noch jemand. oder bewerben bei der gruppe triviales genau damit ich euch auch hier aufnehmen kann genau dann könnt ihr reinkommen bitte mit einer schönen nachkasten viper dann verteilen wir geschenke so blue cipher bekommen 16 stück okay wo ist der blue cipher auf meiner liste ihr hört mich nicht oder nein ganz leise höre ich da was im hintergrund ganz leise muss ich hier schreien ganz leise ist doof wird das nicht besser wenn ich ein bisschen mehr rede dass ich es nach regelt nein aber in dem du redest konnte ich dich jetzt entsprechend meiner lautstärke anpassen ne passt schon ich hab dich jetzt ganz normal drin sauberzart wo muss ich hin ach so du musst nach lst 133 gut dann flieg aus der station raus immer geradeaus in der gruppe triviales ja genau ich hab du cipher gerade freigeschaltet er muss sozusagen einmal raus aus dem ähm ins hauptmenü und wenn er neu joint muss er gruppe auswählen ach ich hoffe das spiel ist in der gruppe triviales ich hab dich gerade freigeschaltet alles gemacht na dann wunderbar komm raus dann komm raus lass dich blicken wie weit raus muss ich denn folgen wir uns ein paar noch fliege immer geradeaus bis du uns siehst irgendwas hätte wir müssen das ist ungefähr 10 km vor der station naja gut aber er geht ja in einer geraden linie durch die briefkasten raus da ist der wegsmein also dann häng dich mal an ihn brand Wir sind ja jetzt quasi zu sechst, ne? Ich hätte da vielleicht einen Vorschlag. Wenn wir zu sechst bleiben, also quasi eine grase Anzahl und... Oh, zwei Schnapsel für Spider, Prost! Prost! Nachher ist Zeitwinder klatscht. Gold! Ja, genau, das war meine Idee. Wenn wir zu sechst bleiben, könnten wir eigentlich schon drei und drei machen mit kostenlosen Sidebindern. Oh, wir sind mal an. Wovon redet ihr? Macht mich nervös. Nein, das ist Zeitwinder. Damit das Zeitwinder uns gegenseitig abschießen. Für den Zeitwindern. Hey, da bin ich doch ganz falsch für solche Spiele. Ja, wir sind doch alle in Looms. Ich hab grad mal versucht zu kennen. Aber musst du eigentlich deinen Laderaum auf, Triviales? Ähm, weil ich ab und zu hier das, was nicht eingesammelt wurde, einsam. Aber ich bin jetzt... Achso, das lässt du jetzt gleich proaktiv auf. Obwohl, ich hab... Ich hab... Bei mir im Laderaum sind wieder zwei erschienen. Ich könnte wieder zwei rausschmeißen. Das ist ernsthaft. Ja, echt. Ich hab gar nichts. Ja, wie geil. Behalt die, man. Du kannst da auch Kohle brauchen. Ja, aber... Na ja, ich hab noch bis die nächsten kommen. Ja, ich glaub, BlueCypher kommt gerade. Ja, BlueCypher seh ich. Vor mir. Hallo, BlueCypher. Ich bin direkt vor dir. Ich bin direkt vor dir. Nee, BlueCypher ist direkt vor mir. Nö. Jetzt seh ich dich. Du bist vorne rechts, genau. Und BlueCypher ist rechts hinter dir. Unter dir. Jetzt hab ich ihn. So, dann kommen wir auf uns zu, Blutseife. Wie gut bist du, mein Sabe? Unterdurchschnittlich. Na dann würde ich sagen, immer mal so in Zweier, Dreier Containern rausschmeißen, oder? Ich probier's mal mit zwei und dann schauen wir uns das an. Genau. Und dann geht doch nichts gemacht. Der hört nach meiner Liste an rechts 16. Richtig. So, ich seh nur, Waxman. Okay. Siehst du mich? Ich komm mal langsam auf dich zu, bleib mal bitte stehen. Ich stell mich direkt vor dir. Ich hab nämlich auch zwei an Bord, dann könntest du die nämlich erst mal einsammeln. Nee, ähm, lass das doch mal bitte. Nö, dass der BlueCypher uns nicht sieht, da hat er das schon eben hier gerade. Ach, jetzt wirft die hier schon wieder Dippel, ich find wahnsinnig. Ja, das war es auch. BlueCypher, komm mal auf mich zu, bitte. Du brauchst mir nur zu folgen, wenn du mich siehst. Ja, vor mir ist, vor mir ist der Tilly, direkt vor. Ja, seh ich jetzt auch. Gut, dann schmeiß ich jetzt mal für dich zwei Tonnen raus. Dann schau mal, wie schnell du sammeln kannst. Warum sind jetzt schon wieder so viele Tonnen hier um mich rum? Kann ich dir nicht sagen. Schau euch das mal an. Ich sehe drei. Ich sehe zwei. Ja, schau mal. Wenn ich jetzt in der Mitte auf meinen Radar schaue, seh ich zwei, vier, sechs, acht. Ja, und dann werden nur drei angezeigt. Kabum. Ich sehe nur zwei. Ich glaub's mal schon. Genau, und die sollst du auch eins sein. Ich nicht. Hast du deine Frachtluke offen, BlueCypher? Ja, also den Frachtgreifer. Ja, den Frachtgreifer. Und dann, du zielst noch über das linke Rechteck, ja. Weil du triffst ihn immer mit der Schnauze. Ups. Jetzt deine Höchstgeschwindigkeit oder sowas. Ja, ja. Ja, ruhig langsam fliegen. Ganz langsam. Maximal, flieg mal 20. Maximal. Ja, wenn du ganz nah dran bist, kannst du noch runter fliegen auf 10 oder Klinger. Wenn du noch so 20 Meter ran bist. Ja, das sieht gut aus. Die Geschwindigkeit sieht gut aus. Ja. Sieht sehr gut aus. Und da hast du ihn, glaub ich, ne? Nein. So, elektro-Squap. Ah, jetzt hat. Willst du das denn haben, oder? Ja, hat er. Wunderbar. Okay, hast du jetzt alle eingesammelt? Bei mir schwirrt noch einiges rum. Ich bin noch dran. Einen. Einen hat er eingesammelt. Ah ja, stimmt. Da ist noch der andere. Den hab ich jetzt nicht gesehen. Den hatte ich jetzt nicht gesehen. Na, klappt doch alles. Siehst du, jetzt üben war sogar noch einsammeln. Und gibt direkt ein paar Schiffstypen hier zu sehen. Das stimmt wohl. Ich guck mal, ob sich noch jemand eingeloggt hat hier. Genau. Na, niemand hat zugekommen. Los Alpha, was los? Warum drehst du ab? Ich flieg doch gerade erst wieder drauf zu. Okay. Dann fliegst du auf dem anderen zu, als ich ja drauf hatte. Egal. Ja, hier liegen, wie gesagt, zwei Wochen. Einer mit 0% und einer mit 13%. Puh. Genau. Ne, die Richtung stimmt schon. Alles richtig. Schön langsam, langsam. Jawohl. Das war nix. Jawohl. Da hat er. Okay. Wollen wir nochmal zwei rauslegen? Der dritte ist jetzt weg. Nochmal zum Tilli hin. Tilli schmeißt hier wieder welche raus. Genau. Und ihr sammelt bitte die anderen ein, die ihr noch seht unter Umständen. Ja, verstanden. Hier ist alles weg. Gott. Na, ich hol den einen hier noch. Ja. So. Sind nochmal zwei rausgegangen. Tja. Buggy ist er. Auf geht's, Club. Seif er. Greif an. So. Na, den hab ich eingesammelt. Und jetzt rat mal, wie viel Palladium ich im Frachtraum habe. Den? Immer zweimal mehr wie ich. Drei Stück. Oh, 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 oh. Das gibt's doch nicht, ey. Oh, ich erlebe, dass das Hund durcheinander ist hier. Ja. Da müssen wir ein Ticket schreiben. Das die Leute alle Piraterie betreiben, wenn deren Opfer einen auswirft und die dafür drei bekommen. Ja. Du, vielleicht liegt es aber auch nur da an, dass wir das freiwillig gerade auswerfen. Ja, das ist ja bei uns. Na gut, kannst du ja bei Piraterie auch machen, ja. Ja. Ich lass mich lieber zerschießen, bevor man was freiwillig hergeben. Na, wenn Blue Cipher eingesammelt hat, dann schmeiß ich meine drei wieder aus. Genau, dann machen wir mal einen Waxman zu Ende, oder? Weil da fehlen noch fünf. Okay, Waxman? Während der Blue Cipher nach Hause bringt. Bist du da? Okay. Gut, wenn Waxman während Blue Cipher einräumt, biegen wir mal zum Waxman rüber. So, warte mal, wo habe ich den Waxman? Quatsch. So, Waxman. Ich sehe dich. Jetzt schmeiße ich die Dinger wieder raus hier. So, wir sind alle raus. So, ich hab fertig. Wunderbar. Ähm, dann bring doch jetzt mal zurück in die Station zum Verkaufen. Waxman, kannst du sie sehen? Ja, ne? Ich sehe einen einzigen, aber ja, den sehe ich. Okay, dann sammle den mal ein. Ich hab ja auch bloß einen eingesammelt eigentlich. Ich hab wieder zwei Stück hier drin. Boah, ich werd wahnsinnig. Du hast gerade einen rausgeschmissen. Ja. Und es ist wieder einer drin geblieben. Obwohl ich gesagt hab, alle aufgeben hier. Jetzt schmeißt du die da raus. Na ja, gut, dass ich das aufzeichne, weil das müssen wir unbedingt melden. Ja, so. Okay, ich hab nochmal zwei rausgeschmissen. Es geht wahrscheinlich nicht, alle drei auf einmal rauszuschmeißen. Einen hast du eingesammelt und zwei liegen noch rum. Waxman. Äh, jetzt sehe ich keinen bei mir. Ne, die müssten, äh, schau mal hinter dich. So. Schaut mal bei mir im Stream in der Mitte auf dem Radar, wie viel da rumhängen von den Dingern. Echt witzlos. Siehst du sie, Vaxman? Äh, näher zur Station oder welche meinst du? Ne, äh, du kannst die einsammeln, die draußen rumlegen. Was du gerade siehst. Über die Konzerte. Okay. Die sind gerade frei verfügbar. Genau. Nur dass wir hier auch mal die Radar und alles frei bekommen. Ja. Weil abgerechnet wird über meinen Laderäum und nicht was da draußen sich verdoppelt hat. Gut. Draußen ist alles in Ordnung. Okay. Nee, wenn du bei mir drauf schaust, eigentlich nicht, aber egal. Na, das sind Sogwolken, diese Narcisten auf dem Radar. Und umständlich so. Ja. Jetzt hat. Dann haben wir jetzt für den Vaxman müssten wir noch auf frei haben 4, 5. Machen wir da. Vaxman ist er, genau. Ich glaube, du darfst die 5 nicht gleichzeitig rausschmeißen. Ich glaube, du musst die immer einzeln auswählen. Wieso? Ging doch aber beim ersten und zweiten ging doch die ersten Male auch. Es kann unter anderem auch, Entschuldigung, es kann unter anderem auch sein, wenn du 5 oder 10 nicht gleichzeitig rausschmeißt, dass durch diese, durch diesen Ausschuss quasi, dass du den Container auch zerstörst. Also es ist uns was passiert. Ja, bisher werden es ja eigentlich mehr. Na gut. Und, äh, ja, das ist ja was anderes. Und, äh, wir haben das noch so gemacht, wenn wir, äh, auch so ein Event hatten, dass derjenige, der die ausstößt, der ist einfach nach oben geflogen mit dem Truster. Und hat dann eins, 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 also ein nach dem anderen und hat dann so eine richtige Linie gelegt. Dadurch ist keiner mehr kaputtgegangen. Und das Einsammeln war natürlich dann super easy und schnell. Na gut, so ähnlich habe ich es jetzt auch gemacht. Ich bin noch hoch, aber jetzt schauen mal. Greif zu, Vaxman. Bin dabei. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe kein Wort verstanden. Was sagt der Psycho gerade? Allah ist groß? Was? Ja. Ich habe auch gehört. Ich war für den Gang gerade ein Foto schießen. Ich habe gerade umgeschaltet. Irgendwann ich bestücken wollte, bewegt er sich. Ich habe gedacht, du ziehst du mich. So, dann ist nur noch der, äh, bloß Cipher, ne? Bloß Cipher haben wir noch. Genau, der gibt gerade ab. Genau. Du kannst ja in der Zwischenzeit mal schauen, ob sich wieder mal einer gemeldet hat. Ja, mache ich. Das war nicht, glaube ich. Negativ. Was zu erwarten war. Hehehe. Oh, jetzt liegen hier draußen. Jetzt tauchen schon wieder so viele aus. Ich habe aber nichts rausgeschmissen. Erst mal das einsammeln. Einer ist noch da. Mein Laderaum ist aber voll. Das müsste dann jemand anders nehmen. Jo, bring weg. Okay. Bring weg. Kauf ein. Verkauf. Ey, immer wenn ich okay sage, haut die hier Düppel raus. Jetzt weiß ich, wer es jetzt vorans liegt. Also. Also, ich habe bei mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Container Palladium. Schwirren bei mir auf dem Ding rum. Ja, dann sammel die mal wieder ein. Nö, bei mir. Bei mir auch nicht. So, ich habe jetzt einen eingesammelt von denen, die du ausgeworfen hast. Und den habe ich bloß einen im Container. Das ist richtig so. Obwohl hier noch einer verliegt. Für die Typ 7 müsste es eigentlich mal eine schwarz-weiße Bemalung geben. Die sind jetzt Zebra oder was? Ja, so, keine Ahnung. Weiß und das obere Drittel schwarz oder irgendwie so. Was, so stelle ich mir gerade gut vor. Na, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Also, wir müssen unbedingt ein Ticket schreiben. Also, die tauchen ja hier ständig auf, die Dinger. Ich würde das Video posten, was ich gerade aufnehme. Ja. Ja, ich nehme da auch gerade auf. Weil es kann ja nicht sein. Ich habe nur eine Tonne hier gehabt und habe jetzt auf einmal viermal im Laderaum. Das gibt es doch gar nicht. Okay, wer kriegt noch was? Machen wir einen Dizer oder den Blue Seifer. Liegen wir da ein. Was ist das denn jetzt? Das ist hinter mir schon wieder aufgetaucht. Also, diese Teile musstet ihr jetzt mal merken, bitte, mit der Aufzeichnung. Das werde ich auch mal Zeile zusammenschneiden. Wie gesagt, ich nehme es auch auf Festplatte auf. Weil hier sieht man es jetzt ganz deutlich, was passiert. Ich zeige auch zwischendurch immer mal meinen Laderaum. Angefangen habe ich mit einer Tonne. Und aus einer Tonne sind jetzt auf einmal sechs geworden. Blue Seifer, was soll das werden? Ach, du hängst hier direkt neben mir. Wer hängt da vor mir? Ja. Du hängst nicht hier. Ich häng nicht neben dir. Du bist auf mich zugeschossen jetzt. Ja, ich bin fertig. Viel Laderaum brauchen wir Blue Seifer. So. Fertig für Aufnahme. Ja, hier steht ja noch eins genau vor mir. Ich dachte, das wäre schon was mit dir. Ja, gut. Dann probier es mal zu nehmen halt. Sag mal Bescheid. Ah, das ist nichts. So. Hab ich was. Dann werde ich dann gleich mal zurückziehen. Gut. Wie sieht dein Laderaum aus? Wie voll bist? Eins aufgenommen. Eins von acht. Ich verabschiede mich schon mal aus der Instanz. Ich gehe mal wieder auf Reise. Jo, bis denn. Alles klar, salut. Also soll ich dir zwei noch rauswerfen? Oder willst du erst abgeben? Wie voll bist du? Ich habe eins von acht erst drin. Ich war ja gerade drin. Gut. Da hast du wieder zwei. Ja, ja. Ich fahr gerne. Na sicherheitshalber. So. Da sind wieder zwei. Ähm, ja. Immer fünf Trocken, aber immer ein paar mehr. Ja. So kann man auch Geld machen. Das ist ja ein Ding, ey. Ich dachte, das haben sie gefixt. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Das ist ja ein Ding. René, ist das ein OBS-Plugin? Mit der Uhrzeit, die du unten einblenden musst. Ähm, ja. Ja. Ist ein OBS-Plugin. Ähm, das ist direkt von OBS-Project.com. Ähm, unter Forum, Plugins, zweite Seite. Dann glaube ich der zweite. Das wird ja einfach von oben. Date and Time Plugin. Danke. Das ist direkt von OBS-Project.com. 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 so ich habe hier immer noch zwei palladium konnte mir zu liegen noch mehr komisch okay die man mit dem komischen ok ausgeführt und dann auch die tschung das ist meine voce tech also ich verstehe nicht was hat er mir für befehle wie voll bist du denn jetzt sechs von acht ok da kann ich dir noch zwei hinlegen oder gerne wenn ich noch gut haben 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 die bestehe gibt es noch bei mir hast du momentan acht bisher bekommen wo bist du denn überhaupt dann geht es los alles laufen Ah, hier ist er. Hier drüben lag gerade noch einer rum, den hab ich noch mitgenommen Ja, mir werden noch zwei angezeigt Ja, ich sehe jetzt auch noch zwei, kann aber noch einen Das sind die, die ich gerade rausgespielt habe Ja, okay Na, das passt ja Ja gut, dann bringt es weg Dann machen wir weiter Wen haben wir denn sonst noch Aufm, lass mal schauen Ist noch jemand da, der noch bekommt Ich guck mal nach, ob sich jemand zwischendurch wieder Bugsman müsste durch sein Ich guck mal inzwischen Zeit nach Ja Schiller ist durch Wenn, ähm, bloß Cipher wäre jetzt Als Anwesender der, der letzte Moment schon Aber da ist der Autonomie, vielleicht kommt noch jemand Ja, und dann ist jeder willkommen Sich wieder bei uns anzustellen, dann schmeiß ich noch ein paar raus Dann könnt ihr euch bedienen Also das, das eine, wie gesagt, fliegt jetzt noch hier rum Das müsstet ihr wieder retten oder so, wie auch immer Nicht das Platz Ja Passt nicht rein, ja, oder was? Ne, ich hab jetzt voll Da lag irgendwie, bei dir noch eins rum oder so Ich hab ja hier noch Nimm das mal, aber das müsst jetzt regulärer sein Ja, ich hab's im Laderaum, hab ich ja sowieso noch welche drinne Bevor du welche rausschmeißt, die hast du mir ja gekauft Ich schmeiß meinen Laderaum näher Das sind ja die, die sich hier vielfältig Dann könnt ihr auch zurückgehen und die verkaufen Nö, will ich nicht Dann krieg ich ja wieder Handelsbilanz Ich will ja keine Handelsbilanz Dann verkaufst du auf dem Schwarzmarkt Dann kriegst du Schmugglerbilanz Na, auf dem Schwarzmarkt Kann man ja nicht Die hab ich ja regulär rausgeworfen Ja Die hat er ja nicht als gestohlen rausgeschmissen Ja, okay, wusste ich nicht Ne, ich schmeiß die dann raus Und dann könnt ihr euch drum schlagen Sieben Stück hab ich jetzt drinnen Ja, sieht gut aus Sieben Stück Ja, bladi dann das nächste Mal Ja, bladi dann das nächste Mal Wir machen sowas bestimmt wieder Wenn sie es gefixt haben Bis dahin lassen wir uns auch was anderes einfallen Aber irgendwie Kann man hier in Game ja nichts anderes machen Außer Container transformieren Boah, wer waren hier so wahnsinnig Und das haben wir vorbeigeboostet Jetzt kann das sagen Wir haben direkt aus der Station gerade Der ist auch an mir vorbeigepfeffert Okay Schau mal nach hier Vielleicht das noch ein kleiner Ärgermann Ja, das war nur ich Also Ja, ich wollt grad sagen Ich hab doch gesehen Dass das Keine NPC war Eingrück hab ich ausgezeichnet Ich war's nicht Ich bin ja schon weg Auch wenn es eigentlich eine meiner Standardaktionen für mich gewesen wäre Nee, ich hab's ja gesehen Dass das eine Sidewinder war Ne, ich hab's ja gesehen, dass das eine Sidewinder war Ne, ich hab's ja gesehen, dass das eine Sidewinder war So, dann machen wir das nämlich hier hinten Dann ist bloß selber auch Genau, geht's mal weg, wo vielleicht ein bisschen was dazwischen liegt Ja Dann kommt da der Bug her Ich flieg wohl von den Stationenstücke weg hier Ich schmeiß die jetzt mal einzeln Mit ner leichten Geschwindigkeit raus Ja, ich Sodass die in einer Linie liegen Sozusagen Ja Oder ich versuch das zumindest mal Warte mal Ah, da geht's ja schon weiter Ja Jetzt wieder Tempo 1 nimmt er nicht an Hm Aber Tempo 2 da So, ok Wachsmann, du hängst jemand auch bei mir In meinem Spiel Nein Ich wollt mir nur noch mal die Typ 7 angucken Hab ich bisher noch nicht gekonnt Achso In dem Detail grad Also das war ganz komisch Ich hab mich noch wundert Weil ich dachte du flippst grad ein Triviales hinterher Oh nö nö So, das sind die Heatsinks So, wo steckt denn da bloß einfach grade? Startort grad Alles klar Dann schau mal ob es jetzt in einer Linie liegt ungefähr Ja Ja, ganz grob Ganz grob, ja Obwohl ich mit 2 Stunden Kilometern geflogen bin Ja, die werden immer von dir weggeschossen Die Container Ah, ok Ja, dann probier mal Ich hab jetzt alle rausgeschmissen Ich bin Das verbuggte Zeug los Ich wasche meine Hände in Unschuld Bevor ich hier noch von dem Zuschauer gemeldet werde Bevor ich hier noch von dem Zuschauer gemeldet werde Ja, wir testen das doch nur aus Ja, wir testen das doch nur aus Wie der Bug genau funktioniert Um das den Entwickler Zoom zu melden Wir sind nicht mit Vorsatz dahin Wir haben ihn ja erst überhaupt gefunden So Also ich hatte noch keinen Double jetzt dabei Ne, aber bei mir hat sie's gedubbelt beim Einsammeln Ich hab ja eigentlich nur eine Kiste Palladium gehabt Und aus einer wurden auf einmal 6 Ich hab die Kiste eingesammelt Und irgendwie hat der Server nicht mitbekommen, dass ich die weggesammelt habe So wie's dir eben gerade passiert ist Hier in der Liste taucht ständig einer auf Und geht wieder weg Taucht wieder auf, geht wieder weg Wieder einer mehr geworden Als wenn der Server nicht mitbekommt Und denkt Ach, die ist weg, ich muss die neu machen Und dann setzt er die neu Okay Okay Und selbst wenn es ein Bug ist, dann können die Entwickler sicherlich gucken und die zu viel wieder reduzieren Ja, das werden sie nicht machen, das glaub ich nicht Ich hab ja so die Befürchtung, wenn wir das posten Oder, also sprich nicht posten, sondern melden Dass die auf die dumme Idee kommen, irgendwelche User zu sperren Davor hab ich immer so ein bisschen Befürchtung Manchmal sind's ja ein bisschen Ja, da hat man bei jedem Spiel aber irgendwelche Probleme Dass solche Gefahren gibt's halt überall Das muss Sofern es übertrieben wird, bin ich auch dafür Aber ich sag mal, wenn's Ich sag mal, wenn's Zufällig passiert Und dann so drei, vier, vielleicht Ein bisschen mehr Tonnen Dann geht's ja noch Dann wird's ja nicht ausgenutzt Ich hoffe, dass sie da unterscheiden Wer, äh, wer meldet das dann nachher? Wer, wer schreibt ein Ticket? Ja, ich, ich hätte jetzt auch ein Ticket geschrieben Unabhängig von Äh, von Tilli Denk ich mir Ja, Tilli schreibst du nachher ein Ticket? Ja, soll man zusammen eins machen oder jeder ein einzelnes? Ah, der ist wieder rauchengeschlichen Der kommt bestimmt gleich wieder Oh, da ist er wieder Tilli schreibst du mir auch ein Ticket? Ja, soll man zusammen eins machen oder jeder ein einzelnes? Mein wegen auch zusammen, hier soll's recht sein Aber schreiben müssen wir's, weil das wollen wir ja nicht Aber immer hier So, bloß einfach, wo steckst du denn jetzt? Wo bleibst du denn? Ein Container liegt hier rum Wie viele hast du rausgeschmissen? Sechs Stück, ne? Ich hatte sechs, äh, sechs Stück rausgeschmissen, ja Ja, ich hab jetzt zehn eingesammelt Ja, und hier draußen schwirrt noch einer rum Blut Seifer zu mir Und jetzt wüsst du, wo du steckst Jetzt kommst du jetzt nicht in die richtige Richtung, ja Zieh nach oben Komm grad auf dich zu Mal gucken, der läuft jetzt gerade ab Ich lass den mal noch liegen Ich sammle den mal nicht ein, der ist bei vier Prozent Vielleicht zerstört er sich ja selbst So, was machen wir denn für dich jetzt? Machen wir gleich nochmal drei, oder? Klingt das gut? Oder sollen wir gleich fünf machen? Ach, mach das ruhig schön einzeln Gut Gut Ja, der geht nicht. Ja, der geht nicht kaputt. Wundert euch bitte nicht. Ich schieße mal auf den... Ja? Ja, versucht mal zu erlegen, die Dinger. So, BlueCypher hat jetzt mal insgesamt 5 bekommen. Ich bin bei 13 und dann kriegst du noch 3. Das Geniale ist ja, dass die Dinger ja sogar eine Aufschrift haben, wa? Die Container. Okay. Ach, das war ein Video, kein Fake. Die sehen wirklich so aus, gell? Ja, alles festhalten. Ja, das sieht gar nichts. Ja, dann find ich Backe. Dann bring die auch nichts zum Kauf oder Verkauf. Wegkicken kann ich so. Das geht. Aber er verliert keine... Ja, sie stehen eigentlich nur im Weg. Auf gut Deutsch. Ich sammel ihn mal ein, schmeiß ihn raus und zerschieß ihn dann mal. Gucken, was passiert. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Ah, jetzt, nachdem ich ihn getroppt habe. Kannst ihn abknallen. Ja. Pro Schuss verliert er 10%. Ja. Na ja, eine Übung macht der Meister Plus einfach, hm? Geht doch lang rein. So, jetzt ist er geplatzt. Jetzt konnte ich... Ey, ich hab ihn zerstört und er ist vor mir wieder erschienen. Okay. Backe. Backe, Backe, Backe. Und zwar wieder mit 4%. Und er hat sich verdoppelt, nachdem ich auf ihn geschossen habe. Ja, Möbel. Das hat auch einen Einfeller. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich hier... ...dick vor mir zu liegen. Ja, also das ist ja extrem. Ich danke, wieviel. Ja. Schaut's aus, wievielfacher. Ist das wohl alles? Karoffe voll. Gondeschön. Abgeben. Nee. Eigentlich ist der noch. Gut, der bitte. Ja, also ich hab... So, ich hab den einen eingesammelt, den verpackten, hab den rausgeschmissen, kaputt geschossen und jetzt sind aus einem drei gewordenen. Und die drei sind wieder verpackt und den 3% und 4% ähm, 11%. Oder Aliens für ihn hier. Ja. Ich nehme mal an, wenn ich die jetzt einsammeln würde, wieder rausschmeißen würde, wieder drauf schießen würde, würden die sich wieder verdoppeln. Interessant wäre noch zu wissen, ob man die denn auch verkaufen kann. Weil es war ja, was bei uns im Forum stand, ähm, da hat doch der eine Typ, in Altair, glaub ich war's, äh, Orbital Station, 50, äh, Rare Container gefunden. Und er konnte sich halt nicht erklären, wie, so, weshalb, warum, wo die herkommen, dann hat er die da eingesammelt und dann vertickt. Und hat somit dann sich auch ordentlich Knete gemacht. Und hat's aber gemeldet. Genau, also ich will's nicht machen wegen meiner Handelsstatistik, aber kann ja gerne jeder andere hier mal gucken, ob man die auch verkaufen kann. Ja, wer kommt da? Chiller, kannst ja mal schauen. Also ich hatte ja vorhin schon gedoppelte Wege eingesammelt und die konnte ich alle verkaufen. Ich hab jetzt nochmal zehn Stück im Laderraum, wo du nur sechs rausgeschmissen hast, ich probier mal. Ja, denn das sind jetzt drei gedoppelte, sozusagen. Wie gesagt, die gehen noch nicht kaputt über Zeit, ne? Das ist eben auch das Kuriose. Du Seifer, wir machen noch zu Ende, bitte. Du fährst geradeaus raus. Ist ja ein Knaller, alles. Ich probier das hier mal mit den zwei einzusammeln und zu verkaufen, mal gucken was passiert. Ja. Ja, schauen wir nach. Ich guck nochmal, ob sich jemand der Gruppe anschließen möchte. Hm. Und warum ist leer? Negativ. Ich warte auf den Leifer. Bitte, letzten. Container. Ich starte gerade. Keine Panik. Einsammeln konnte ich sie und zwei habe ich jetzt im Frachtraum. Ich habe noch bei mir als eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Container Palladium habe ich noch in meinen Kontakt. Ja, ich habe hier auch noch zwei vorne zu liegen. So, also ich habe jetzt die zehn Container, die ich im Laderraum hatte, wo du nur sechs rausgeschmissen hast. In der Station fand ich die komplett als zehn Stück gebraucht. Da wurden auch die Credits komplett gut geschrieben. Hm. Wunderbar. Dann ist es so. Aber das werden wir halt melden, damit es nicht so weitergeht. Genau. Da merkst du mal, welche Eventualitäten diese Entwickler eigentlich alles bedenken müssen, gell? Wer kommt auf so eine blöde Idee wie wir? Na ja, das werden viele so gemacht haben. Jetzt verstehe ich auch, warum so viele neue, die frisch dazukommen, auf einmal mit diesen dicken Komas durch die Gegend fliegen. Ja, aber das war doch vom letzten Patch, wo man noch entsprechend da die ganzen Rears gefarmt hat wie ein blöder. Na ja, vor allem sie haben in der Patch von uns geschrieben, dass dieses Verdoppelten von diesen Containern, sobald ich mich erinnern kann, war es schon eine Weile her, ähm, haben sie geschrieben, dass das erledigt ist. War das nicht schon beim Beta? Vielleicht haben sie da wieder ein Loch aufgerissen, wo sie ein anderes zugemauert haben. Ja. Man weiß es nicht, gebt mal Bescheid, dann können sie es ja ausmerzen. Der nächste Donnerstag kommt bestimmt. Komm Petschen. Du Seifer, zu mir, nicht woanders hin. Also nicht besser, was bei euch immer geradeaus aus der Station raus ist. Nicht im rechten Winkel weg. Ich stehe auf den Städten. Ja, aber du schaust nicht zu mir, du schaust zu mir. Jetzt kommen wir an, flitzen. Fertig? Jo, alles da für dich. Aber was ich ja schon krass finde, ist, äh, die Art und Weise, wie das beim René jetzt passiert ist, das hab ich so ohnehin nicht gewusst. Ist komisch, ne? Also ich, ich hab einen kaputten, also einen, irgendwann mal als kaputt eingesammelten, rausgeschmissen. Also er ist eingesammelt. Der hatte bloß vier Prozent, der ging einfach nicht kaputt. Äh, hab den rausgeschmissen, dann hat er automatisch, wie jeder Container auch, äh, Haltbarkeit verloren. Dann hab ich ihn kaputt geschossen und als er zum Schluss explodiert ist, war er weg und poppte auf einmal neu mit nur noch vier Prozent Bestand raus. Und während ich weiter auf ihn geschossen habe, wurde es immer mehr. Zwei Stück hab ich verkauft. Komisch, echt? Hm, also ich kannte ja sonst eigentlich nur, du hast deine Container rausgedroppt und sie sind in deinem Frachtraum nicht weniger geworden. Und somit wurden sie da produziert. Ja, ja, das hatte ich vorhin auch. Ich hatte vorhin zum Beispiel, ich hatte ja sechs Stück an Bord und habe dann bei Aufgeben, kann man ja auswählen, wie viel man auf einmal rausschmeißen möchte. Genau. Dann hab ich natürlich alle sechs ausgewählt, hab die rausgeschmissen und dann war meine Liste auf einmal leer. Ich hatte nur noch meine Krallen drinne und auf einmal aktualisierte meine Liste und es waren immer noch drei drin. Und draußen schwebten sechs rum. Das hab ich auch gehabt. Dann hab ich die drei auch ausgeschmissen und von den drei sind dann gleich zwei explodiert. Und auf einmal waren draußen wieder mehrere. Also, ich kann's nicht nachvollziehen. Ich kann nur mir erklären, dass der Server einfach nicht mitbekommt, dass man die rausschmeißt. Und dann wird im Hintergrund eine Prüfung laufen und wird die auf einmal wieder bei dir im Frachtraum gutschreiben. Also, die, die ich eben eingesammelt habe, konnte ich verkaufen. Gewinn wurde mir gut geschrieben und hätte eigentlich so auch nicht so sein können, ja. Ganz normal. Na ja, dann ist es so. Joa, aber reporten trotzdem und dann geht's wieder gerechte WG. Dann liegt der Ball wieder im Feld von Frontier und dann müssen die machen. Gut. 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 sechs stück vielen dank wunderbar ich habe zwar noch drei rausgeworfen aber ja dann sind wir mit ihr auch quitt dann haben wir es war ich danke sehr herzlich ihr habt euch ihr habt euch hart verdient genau ihr habt uns ertragen so soll es soll ja kein vergnügen bereiten ich werde nicht im spaß hier okay dann kann ich ja wieder umloggen und dann können wir wieder weiter zeiten genau sagen wir können mal in einer stunde oder was noch mal nachschauen ob sie noch ein paar neue angemeldet haben vielleicht noch mal herflitzen aber soweit denke ich mal schaue ich jetzt mal dass ich meine nicht vorhandenen verluste für die paar tonnen wieder reinhole das was wir jetzt da rausgeschmissen haben das war wohl wirklich fern jeder kalkulation die wir gehabt hatten also wir sind nicht wirklich arm geworden also ich auf keinen fall ich hab ja hier also danke an den sponsor ja ich habe dafür eine millionen ausgegeben und davon werde jetzt wahrscheinlich gerade mal wieder 300 11 2 millionen dazu verdienen von dem was doch im frachtraum ist also ob da wirklich ein nutz dabei war das jetzt weiß ich wirklich na gut aber dann sind wir eben alle glücklich das ist doch schön spaß gemacht hat danke fürs zuschauen ja so ich habe umgelockt wieder ich bin wieder oben nein ich werde jetzt noch gemütlich landen so wie es gehört und dann schalte ich erst die aufnahme aus dafür zumindest dann kann ich mir morgen vormittag die heilheit mal ein bisschen zusammenschneiden ja und für das ticket gucke ich auch mal nach dann genau ich werde mal dropbox oder irgend so'n wie transfer dir geben vielleicht kann man da mal was zusammenschneiden von beiden blickwinkeln dann schaffe ich es doch bestimmt die outtakes die auswahl an mitstreitern ist natürlich schon auch gering ist nicht dass ich teil derzeit deine leistung jetzt nicht zu würdigen weiß die wahrscheinlichkeit ist groß ich hoffe mein frachtraum ist leer ich habe wieder ein paar nadio an bord verdammte axt die vermehren sich gerade habe ich gerade die stationen genau genau daran habe ich auch gerade gedacht da dreck ich habe mir erst mal rausgeschmissen vorm landen ich will keine handelsstatistik haben und werfen sie nicht ins wasser wir haben einen schönen vorschluss für's ticket gell betrifft tripples ja stimmt genau palladium tripples betrifft palladium tripples betrifft